Ich rede gerne von Cassini als einer Plattform, weil ich der Überzeugung bin, man kann bei Cassini einen Rahmen vorfinden, in dem man gestalten kann. Und innerhalb dieses Rahmens kann man eigene Segmente gründen, eigene Geschäftseinheiten gründen, man kann selber was aufbauen, man kann Verantwortung übernehmen und hat dann eben auch Gestaltungsspielraum und das habe ich so noch nicht vorgefunden bei einem anderen Unternehmen und finde das total cool. Was ich hier sehr schätze, sind erstmal die Menschen, also es ist eine sehr lockere Atmosphäre, es sind sehr flache Hierarchien, man kann mit jedem zu allem sprechen, es gibt keine irgendwie Hemmnisse, auch mal beim Vorstand anzurufen und ja, das ist eigentlich so, dieses Miteinander, was ich besonders schätze, lockere Arbeitsatmosphäre und ja, es macht einfach Spaß. Musik Miteinander Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020